Ich bin Police Officer Brian Taylor. Das ist mein Partner, Officer Zavala. Ich bin nicht angezogen. Das kann man doch kein Unterhöser. Nein, nein, nein. Komm schon mal. Wir fahren hier Streife in Bezertnuten. Einer der härtesten Jobs im LAPD. Seid stolz auf das, was ihr tut, Leute. Ja, Sir. Ich hab ihn, ich hab ihn. Versuch's doch. Versuch's doch abzuhauen. Rein, 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 rein. Ihr seid Freunde und Helfer. Seid stolz auf eure Uniform. Ihr denkt, das ist alles Spaß. Ihr dürft euch die Gegend trennen, euch prügeln, rumschießen. Genau so ist es. Ihr werdet euch umgucken. Alle hier gehören zur Familie. Du weißt, ich liebe dich, Mann. Ich werd mein Leben für dich geben. Hey, Partner, kommt rein. Ich will auch meine Tochter haben, das wär so cool. Nur mit nem Kopf auszugehen, das musst du ihr verbieten. Ich lass sie gar nicht ausgehen. Okay. Niemals. 13x13, verstanden. Was suchen wir hier nochmal? Geld, Waffen und Drogen. Polizei, steigen Sie bitte aus! Waffe! Alles okay, Partner? Alles okay. Wahnsinn. Da haben wir ein richtiges Prachtstück. Da steckt mehr hinter der Sache. Das geht uns nichts an. Wir müssen in das Haus. Polizei! Oh mein Gott. Seid vorsichtig, ihr habt grad ne Schlange am Schwanz gezogen. Sie wird sich umdrehen und zurückbeißen. Das konnte doch echt keiner ahnen. Hände hinter den Kopf! Ihr habt euch da mit Leuten angelegt, die verstehen keinen Spaß. Wieso nennen sie dich Big Evil? Ist doch klar, ich bin sehr böse. Wir sind Brüder. Wenn dir was passiert, werde ich für deine Frau und Kinder sorgen. Die sind hinter euch her. Ihr steht auf der Abschussliste. Wir sind Cops. Jeder will uns abknallen. 13x13, verdächtiger, flieh zu Fuß. Hör mir zu, wir schießen uns den Weg frei. Okay. Auf drei, okay? Feuerst du los und rennst. Eins, zwei, drei! Schneller, schneller!